Feuerwehr-Emblem Hallo, heute möchte ich euch etwas über die Aufgaben der Feuerwehr erzählen. Hier haben wir einmal das Feuerwehr-Emblem, das eigentlich deutschlandweit bekannt ist. Das Emblem spiegelt tatsächlich auch die Aufgaben der Feuerwehr wieder. Ich habe sie einmal dazu geschrieben, retten, löschen, bergen und schützen. Retten ist unsere oberste Priorität. Feuerwehr wird häufig mit dem Löschen verbunden von Feuer. Aber unsere Hauptaufgabe ist es tatsächlich, Menschen und Tiere zu retten. Beim Löschen ist ganz klar, wenn es irgendwo brennt, kommen wir und löschen das Feuer. Wir schützen zum Beispiel Nachbarhäuser, dass das Feuer nicht übergreifen kann. Wir schützen aber auch die Bevölkerung bei Hochwasser, da sind wir auch mit dabei. Bei unserer letzten Aufgabe, den Bergen, bergen wir zum Beispiel Autos, die in ein Graben gefahren sind. Ich hoffe, ich konnte alle Aufgaben verständlich erklären und bis zum nächsten Mal.